What's up liebe YouTube-Freunde und Willkommen zu einer weiteren DIRT BY DAYLIGHT KILLER-Runde. Warum KILLER-Runde? Weil immer noch die Lobby-Zeiten ziemlich der Horror sind aufgrund des lieben Events. Und darum habe ich mir gedacht, spielen wir doch wieder eine Runde KILLER. Ist nämlich eh schon mal nicht so schlecht. Was ist denn das hier für ein Bug, Freunde? Ich habe hier einen Grafik-Bug, wenn ich will. Ist eh nicht so schlecht, wenn ich mal wieder ein bisschen KILLER-Lerne. Da wieder ein bisschen damit spiele, Freunde. Das schadet ja schon mal gar nicht. Ich habe ziemlich starke Addons-Graft. Wie ihr seht, ich habe da einiges eingepackt. Dafür habe ich von den Perks her leider Gottes nicht die besten Perks bei dem Doktor. Aber ich habe nöt eingepackt, Freunde. Tut mir voll sorry, aber ich habe nöt eingepackt. Warum habe ich hier... Habt ihr das auch, Freunde? Ist das ein Grafikfehler bei mir? Oder ist das vielleicht nur jetzt im Spiel? Ich hoffe, dass das nicht die ganze Zeit ist. Das wäre nämlich mies. Den bekommst du schon mal. Den bekommst du, Freundchen. Andere wurde runtergeholt. Oh, da ist er. Leute, kann ich das hier machen? Ja, nice. Das war mir gerade wichtiger. War mir gerade... Boah, das Kästchen hier nervt gewaltig. Leute, was ist das? Das nervt volle Kanne, weil ich natürlich jetzt nicht sehe, wo der ist. Ah, okay, da drüben. Da drüben ist jemand. Da drüben ist er ja. War jetzt nicht so das Beste, wo du da hingegangen bist. Boah, dieser Bug, ey. Na gut. Ist schön, wenn das so ist. Also gefällt mir richtig gut, Freunde. Verdeckt ja nur extrem viel vom Bildschirm. Nice. Very, very nice. Ich sehe dich. Liebe Claudete, ich sehe dich doch da. Du bist doch direkt vor mir. Ey. Wie sie halt einfach nur droppt. Diese Planet Waster hier. Aber man muss ja verzeihen, vielleicht ist es so ein G-Shift-Spieler. Und wir sind halt hier auf einem Rang, wo man es, glaube ich, verzeihen darf. Ich würde es zwar schöner finden, wenn die Leute von Anfang an schon richtig trainieren, aber... Und das vielleicht von Anfang an schon ein bisschen bleiben lassen. Aber okay. Lassen wir sie einfach mal. Ich bin der liebe Onkel Doc. Ah, da geht jemand hin. Da geht jemand hin. Die liebe Meg, holen wir uns. Meg. Okay. Haben wir. Die Palette ist nicht so geil, ne? Da kann man nicht so wirklich gut spielen, Meg. Aber ist ja okay. Ist ja okay. Du hast den einen geholfen. Du hast Punkte dafür bekommen. Ist doch schön, ne? Was macht der Doktor da oben? Habt ihr das gesehen, ey? Habt ihr das gesehen, wo mein Doktor war? Irgendwo da oben. In den Bäumen. Ey. Ey, doch nicht so frech, Leute. Doch nicht so frech, hm? Das muss doch nicht sein. Okay, die Feng Min war also so frech. Dann holen wir dich. Da dürfte eigentlich keine Palette mehr sein. Na, wenn du so frech bist, dann hol ich dich doch. Dann darfst du sofort wieder Bekanntschaft mit dem Haken machen. Und rauf mit dir. Wir brauchen übrigens noch irgendwo eine Lampe. Es wurde ja nichts getroppt. Aber da drüben dürfte jemand sein. Ist mir egal. Ich such mal hier eine Lampe, Freunde. Ob wir hier irgendwo eine finden. Aber. Ich weiß wieder nicht, wo die wäre. Ist da jemand? Hallöchen. Ja, Jake. Hat er die jetzt wirklich getroppt? Die hat er wirklich getroppt, Freunde. Das ist immer wieder eine Katastrophe. Wo gehst du denn hin? Wie geduckt du bist? Ach, dem wurde ja auch nicht geholfen hier. Warum denn nicht? Ich sehe übrigens kaum etwas. Was? Lieber der Jake. Ich glaube, du liegst jetzt. Also ich bin mir sogar sicher gewesen. Ganz, ganz sicher. Es ist noch so einfach hier auf den Rängen. Selbst für mich als Nicht-Killer-Spieler. Na gut, ich verlasse mich jetzt mal auf mein Spiegelbild da drüben. Okay, mein Spiegelbild hat wohl nicht gelogen. Hey, woher hast du diese Lampe? Woher hast du diese Lampe? Irgendjemand ist disconnected. War das sie gerade? Okay, also die mit der Lampe hat einen Disconnect hingelegt oder was? Oder war das der am Haken? Das war der am Haken, oder? Ich checke es gerade nicht. Egal, es ist spät. Es ist spät, Freunde. Sorry. Sorry. Tut mir volle keine Leid. Ich weiß, der liebe Doktor, der ist schon nerviger. Wirklich ein sehr, sehr nerviger Killer. Ich mag ihn auch überhaupt nicht. Gegen ihn zu spielen ist einfach... Lässt sich ja auch töten, ey. Na gut, dann kann die letzte von mir aus hier die Hedge haben. Ein bisschen schade hier immer. Ich campe nichts, gar nichts, ne? Ah, okay. Hm. Aber ja. Was soll's. Aber ich hätte immer noch gerne diese... eine Laterne. Okay. Okay. Hier ist die Hedge, Freunde, aber... Ich werde hier kein Stand-off machen. Die kann sie ruhig haben. Ist mir ziemlich vain. Aber darauf habe ich keinen Bock hier. Okay. Okay. Sofern sie ist sie natürlich noch bekannt hier, ne? Sofern sie ist sie bekannt. Wir probieren's mal. Mac. Sie läuft auf jeden Fall schon mal in die richtige Richtung. Okay. Alles klar. Jetzt ist sie gleich dort. Oh, jetzt bist du aber ziemlich falsch gelaufen. Mädchen, das tut mir jetzt echt leid. Wärst du zurück, hättest du die Hedge noch haben können. Ah, sorry, sorry. Na ja, Freunde. Das ist halt so. Sollen wir es ihr noch zeigen? Ich zeig ja die Hedge noch. Ich zeig sie ihr noch. Aber wir lassen sie nicht rein. Nö, 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 nö. Wir lassen sie nicht rein. Da ich hier die Palette in die Fresse bekommen habe. Okay, also ich bin echt überhaupt nicht mehr geübt. Was das hier betrifft. Aber... Ist okay. Ich hoffe, dass das jetzt wirklich nur für dieses Game-Bug war. Ihr könnt mir sonst gerne in die Kommentare schreiben. Wir haben hier eine dritte Münze erhalten. Sehr nice. Das heißt, das nächste Mal 400 Punkte. GG. Der schreibt sogar die GG. Wahnsinn. Ein easy Double Pip. Nice, Freunde. Nice. Jo, wenn es dir gefallen hat, würde ich mich natürlich wieder über deinen Like freuen, über deine Kommentare. Und dann hoffe ich, dass du beim nächsten Mal wieder einschaltest, wieder mit dabei bist. Und in diesem Sinne wünsche ich dir einen wunderschönen Tag und eine traumhafte Nacht. Tschüss. Tschüss. Tschüss.